Also, ob ich spenden müsse? Ich weiss nicht, ob das ein Müsse dabei ist. Und ich weiss auch gar nicht, ob man das so theoretisch erörtern kann, was man da muss oder sollte oder wie man reagieren würde. Weil das Ganze hat einfach mit Empathie zu tun. Und die Empathie, das kann man verwischen, wenn man eben jemanden sieht, der am Vertrinken ist. Oder die Empathie kann einen verwischen, wenn man die Zeitung liest und irgendetwas Grauerhaftes sieht, etwas Ungerechts, oder jemanden, den man direkt kennt und dann hilft. Also das gegenseitig abzuwägen, welcher es jetzt moralisch Wert vor wäre, wie das andere, das finde ich eigentlich ein bisschen strange.